Falls es nicht zu spät ist, hätte ich doch bitte lieber einen Cheese-Burger. Die Kamera läuft. Abgesehen von der schwülstrigen Ausdrucksrede. Abgesehen von der schwülstrigen Ausdrucksrede. Was machen wir denn vorher? Es erscheint mir strebenswerter ich zu sein. Das war der Hübschen. Da haben wir gerade drauf, tschuldige. Es erscheint mir strebenswerter. Du bist da auch geschehen. Es dauert mich zutiefst, meine Gnädigste, von euch auf diese Art und Weise so verächtlich behandelt zu werden. Warte, Entschuldigung, ich nehme den Satz noch mit. Ja, bitte. Nein, bestimmt nicht. Davon bin ich geheilt. Apropos, hätte ich deiner vergessen. Hier, die können Sie wieder verwenden. Passt, machen wir es nochmal? Ja. Einmal noch für mich, bitte. Und bitte ernst. Also wenn du mir den Satz von dir nochmal gibst, Dominik. Welchen? Ich habe mehrere. Die Qualität der Glasmanufaktur scheint in den letzten Jahrhundert etwas nachgelassen zu haben. Kamera läuft. Und bitte. Und? Was ist mit dir? Alles wird okay. Nur die Handschellen habe ich nicht einstecken. Mann! Walter! Mann! Fuck ey! Warum so abwesend? Oder weisend vielleicht lieber? Ähm... Einmal noch? Einmal noch? Also wenn ich stehen bleibe, kannst du den Satz sagen. Achso, okay. Und bitte. Ich möchte ja auch im Winter so richtig verschwitzt aussehen. Creme Schwitz! Ja, ähm... Gibst du ihm den Kaffee nicht? Ja. Vielleicht schneiden wir überhaupt das rein, wo du den Kaffee zurücklehrst. Gerade frisch. Das Gespräch scheint ein wenig zu stoppen. Das Gespräch scheint ein wenig zu stoppen. Ich weiß was. Alles gut. Kann man das noch benutzen? Spiel weiter an der Scherz. Ja. Na gut, das wäre auch komisch, wenn es gut ausschauen wird. Na ja, also weil das auch offen ist halt. Ja. Ich bin gespannt, wie ich in den Film wegkomme. Vielleicht zerstört er auch meine Karriere. Die Bezahlung ist okay. Und hin und wieder erlebe ich große Dankbarkeit nach einer Abtreibung. Ausdreiber. Arsch. 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 Vielen Dank.